Dein Zoo heute in Slowenien und da gibt es diese tolle Einrichtung mit dem Namen Hovhoff, was so viel bedeutet wie Wauwau. Hovhoff ist die erste Bäckerei für Hunde, denn wie ihr vielleicht wisst, sollten Hunde keinen herkömmlichen Kuchen essen, weil da zu viel Zucker drin ist. Bei Hovhoff ist das anders. Hier gibt es nicht nur Kuchen, sondern auch Kekse, Souvenirs und Geschenkideen für den Vierbeiner. Wir waren überrascht über das große Kundenaufkommen. Wir haben schon zahlreiche Stammkunden, die immer wieder kommen. Wir bekommen so viel positives Feedback und die Leute schicken uns Fotos von ihren Tieren und dem Gebäck und sie unterstützen uns auch in sozialen Netzwerken. Die Zutaten des Gebäcks sind vielfältig. Da gibt es alles, was das Hundeherz begehrt. Von Wildfleisch über Truthahn und Pferd bis hin zu Thunfisch. Sogar für die vegetarischen Hunde ist etwas dabei. Es gibt sogar Gebäck, das gleichermaßen für Hunde als auch für Menschen geeignet ist. Obwohl ich ehrlich gesagt bezweifle, dass diese Hunde gerne ihre Leckereien teilen. Dein Zoo hat immer geöffnet. Hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen.